Der Name N117 steht N für Nordics und die N117 für den Rotodurchmesser. Das heißt also diese Windenergieanlage hat einen Rotodurchmesser von 117 Meter. Sie hat eine Narbenhöhe von 141 Meter und somit eine Gesamthöhe von knapp 200 Metern. Eine Windenergieanlage hat eine Leistung von 2,4 Megawatt und der Energieertrag einer Windenergieanlage an unserem Standort liegt bei ca. 6 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.